Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke vielmals für die Einladung und auch für das schnelle Umstellen auf eine Videokonferenz. Es war ja noch vor wenigen Tagen anders geplant und es ist halt anders gekommen. Mich freut es ganz besonders an die technische Fachoberstule zu kommen, weil ich dort selber sechs Jahre verbracht habe. Ich habe sechs Jahre deswegen, weil ich über die erste Natura gestolpert bin und dann noch ein Jahr anhängen musste. Also eine sehr lebhafte, aber auch eine sehr gute Erinnerung an diese Schule. Insofern ist es ganz besonders schön, heute dort virtuell wenigstens dort zu sein. Ich durfte dann auch dreimal an sozusagen politischen Verhandlungen im Rahmen der Rahmenkonventionssitzungen teilnehmen. Unter anderem auch in jener Sitzung in Paris, wo dann das Paris-Abkommen unterzeichnet worden ist. Nun, wie schaut es aus mit dem Klimawandel? Klimawandel. So, jetzt muss ich schauen, wie meine Folien. Weiter. So. Der Klimawandel ist da. Wir sind mittendrin. Er ist so schnell gegangen, wie wir Forscher uns das vorgestellt haben. Aber nicht so schnell oder nicht so langsam, wie es sich viele Menschen, unter anderem die vielen politischen Entscheidungsträger vorgestellt haben. Wir sind also in der Situation, wie dieser Herr vor seinem Haus, dass wir sagen, das kommt jetzt ein bisschen ungelegen. Ich hatte es erst in ein paar Jahrzehnten erwartet. Nun, wir haben das angekündigt schon seit 40 Jahren, dass das viel schneller gehen wird. Und jetzt sind wir eben mittendrin. Aber ich möchte ein bisschen zurückblicken. Zuerst nicht ganz weit zum Beginn der Klimaforschung. Man hat vor 120 Jahren bereits das erste Mal richtig ausgerechnet, zahlenmäßig, was es bedeuten würde, wenn das CO2 in der Atmosphäre verdoppelt würde. Das sind Zahlen, die heute noch gültig sind. Wir wissen das alles lange schon. Ich möchte nur fünf Jahre zurückschauen und zwar eben zu dieser Sitzung in Paris, die vor ziemlich genau fünf Jahren, am 12. Dezember 2015, dann dieses sogenannte Paris Agreement, dieses Klimaabkommen aller 195 Mitglieder der UN, also das sind die staatlichen Regierungen, die nationalstaatlichen, plus EU hat eine Sonderstimme, 196 Stimmen haben gesagt, so, wir wollen das unterzeichnen. Das ist die alljährliche Sitzung zum Thema Klimawandel. Aber es geht dabei nicht so sehr um fachliche Inhalte, sondern um politische Umsetzungen, um international rechtliche Strukturen, wie man das Ganze begleitet und wie man schlussendlich die Ziele erreicht, die man sich politisch setzt. Und die natürlich begründet sind durch fachliche Gutachten, durch fachliche Expertisen und Fakten, die aufgezeichnet wurden. Nun, was steht in diesem Paris Agreement drinnen? Da steht drinnen im Artikel 2.1, dass die Staaten und die Regierungen dieser Staaten alles unternehmen wollen, um die Erwärmung der Erde oder des Klimasystems deutlich unter 2 Grad Celsius im globalen Mittel über präindustriellen, also vorindustriellen Werten halten wollen und jede Anstrengung unternehmen wollen, um sogar 1,5 Grad Celsius Erwärmung über vorindustriellen Niveau nicht zu durchstoßen. Und anerkennend, dass das sehr, sehr bedeutend sein würde, um die Risken und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschheit und auf das Klimasystem und auf die Welt sehr stark reduzieren könnte. Und da war aber ein Beisatz dabei zu diesem Artikel. Ich werde dann sukzessive in diese verschiedenen Zahlen und die Begründung einsteigen. Aber da war ein Beisatz dabei und der Beisatz war gerichtet an den Weltklimarat. Das sind zwei verschiedene Dinge. Dieses UNFCCC, das ist der UN-Rahmenkonvention, also diese politische, international-rechtliche Konvention, wo die Staaten eben über diese Dinge verhandeln in ihren Conferences of Parties. Das sind die jährlichen Treffen dieser Regierungen. Das war Nummer 21 in Paris. Und die haben jetzt gebeten, das Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist in dieser Weltklimarat, einen Bericht zu verfassen und zwar ziemlich schnell, innerhalb von weniger als drei Jahren, wo es darum geht, zu schauen, was ist der Unterschied zwischen 1 Grad Erwärmung, 1,5 Grad Erwärmung oder 2 Grad Celsius über vorindustriellen Werten? Und kann man das überhaupt einhalten, was in diesem Artikel 2.1 drinnen steht? Ist das überhaupt noch möglich? Ich werde dann im zweiten Teil auf diesen 1,5 Grad Bericht zurückkommen. In der Zwischenzeit waren wir also in Paris auf 0,8 Grad Celsius über vorindustriell. Wir sind mittlerweile bei 1,1 Grad angekommen. Das sind also 0,3 Grad innerhalb von rund fünf Jahren. Und es schaut so aus, als würden wir diese 1,5 Grad Celsius noch im laufenden Jahrzehnt durchstechen und dann fröhlich auf 2 Grad Celsius und darüber hinaus fortschreiten. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das alles? Das Erste ist, dass wenn wir jetzt über so halbe Grade reden und dann maximal 2 Grad Celsius oder auch zwischen 3 und 4 sind wir zurzeit unterwegs bis zum Jahr 2100, das sind nicht große Temperaturunterschiede. Wenn man in einem Klassenraum einen halben Grad wärmer hat, dann wird man deswegen nicht die Jacke ausziehen oder umgekehrt eine anziehen, wenn man zu einem halben Grad kühler wird. Was steckt also dahinter? Und da möchte ich diese beiden Herren zitieren. An einer technischen Oberschule erlaube ich mir, das zu tun. Das ist der Herr Stephan und der Herr Polzmann, die beide in Wien gelehrt haben. Lehrer links, Schüler rechts und Nachfolger. Und die haben die sogenannte Stephan-Polzmann-Gleichung entwickelt, wo nichts anderes drinnen steht als die mittlere Oberflächentemperatur eines Körpers zur vierten Potenz. Der Ausdruck der abgestrahlten Energie ist von diesem Körper und das hat natürlich einen Zusammenhang mit dem Energieinhalt dieses Körpers. Und man kann das irgendwie so formulieren, dass man sagt, die mittlere Oberflächentemperatur eines Körpers, in unserem Fall des Klimasystems, in Grad Kelvin ist der Ausdruck des energetischen Zustandes dieses Körpers oder Klimasystems. Und wenn man jetzt diese Temperatur verändert, dieses Delta T dazu nimmt, dann drückt das eine Änderung des Energiehaushaltes aus in beide Richtungen. Dass wir es mit einem relativ komplexierten Körper zu tun haben, das ist links angedeutet. Wir haben eine Lufthülle, wir haben Ozeane, die unregelmäßig verteilt sind zwischen den Kontinenten. Zwei Fluide sozusagen, ein gasförmiges und ein flüssiges. Und die spielen natürlich eine große Rolle in dem Moment, wo man oder reagieren entsprechend, wenn man den Energieinhalt ändert dieses Systems. Und sie sind vielfach die Ursache für Rückkoppelung, Rückkoppelungsprozesse. Nun, das sind also diese Temperaturen. Und im Hintergrund steht in diesem Fall nicht in der Erdgeschichte. Da hat es immer wieder andere Gründe gegeben für die Erwärmung. Meistens die Unterschiede in den Sonnenbahnen, Erdbahnen um die Sonne. Aber in unserem Fall ist das durch Treibhausgase verursacht. Wir wissen das sehr genau. Und vor allen Dingen ist es das CO2. Und das CO2 wird durch den Ausstoß von Kohlenstoff in der Atmosphäre dann zusammen mit Sauerstoff zum CO2, zum deutlich schwereren CO2. Und hier ist die Emission von Kohlenstoff in Pektagramm pro Jahr angegeben. Das ist dasselbe wie Gigatonnen pro Jahr. Und wir waren im Jahr 2012 bei etwas unter 10 Gigatonnen pro Jahr. Das sind jetzt Zahlen, mit denen man wahrscheinlich auch als Technikstudenten wenig anfangen kann. Auch mir ist das nicht sehr griffig. Und ich habe versucht, umzurechnen, was das bedeutet. Und das bedeutet in der Menge pro Jahr dieselbe Masse wie 200 Aushubsmengen des einmal fertiggestellten Brennerbasistundels. Also wenn man einen Brennerbasistundel-Aushub hernimmt und das pro Jahr in die Atmosphäre gibt, dann würde man das, was wir zurzeit in die Atmosphäre geben, mal 200. Es sind also 200 Brennerbasistundel-Aushubsvolumina oder Massen, die wir da jährlich in die Atmosphäre pumpen. Und das hat einen Effekt. Das hat einen über den Treibhauseffekt, also einen energieanreichenden Effekt. Und das sind also 10 hoch 27, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt gar nicht genau im Kopf, Zettajoule, irgendwie gigantische Energiemengen. Und ich habe sie versucht umzurechnen in etwas, wo man sich etwas vorstellen kann. Und da ist mir als größte vom Menschen gemachte oder zweitgrößte neben dem Klimawandel vom Menschen gemachte Energiefreisetzung war im Jahr 1961 die sogenannte ZAR-Bombe, die größte je gezündete Wasserstoffbombe. Und im Augenblick produzieren wir Energie oder holen wir Energie ins System hinein, ins Klimasystem, das gleich viel ist, wie wenn wir 250.000 ZAR-Bomben pro Jahr zünden würden. Eine ZAR-Bombe ist übrigens von der Energie her 3.300 Mal so stark wie die Little Boy. Das war jene Bombe, die Hiroshima zerstört hat. Wenn wir alles aufsummieren bis 2012 oder 2015 in dem Fall, wie viele ZAR-Bomben wir bisher gezündet haben, dann sind das 10 Millionen solcher Bomben, die bisher gezündet worden sind. Das ist das Analog zu dem, was wir das Anreichern von Treibhausgasen an Energie hereingebracht haben ins System. Das bleibt natürlich nicht herinnen. Die Erde erwärmt sich. Wir haben es gesehen. Wir sind bereits ein Grad wärmer geworden. Und dadurch wird mehr abgestrahlt. Und die Hälfte dieser Energie oder etwas mehr geht schon wieder weg. Aber es bleibt eine sich erwärmende Erde drunter. Und die macht verschiedene Dinge mit dieser Energie. Die erwärmt die Oberfläche. Aber 90 Prozent dieser Energie geht in die Ozeane. Führt dort vor allem Dingen zur Expansion der Wassermassen und damit zum Meeresspiegelanstieg. Aber auch zu massiven Eingriffen auf die Lebenszyklen in den Ozeanen. Und auf die Bewegungsformen der Ozeane, auf die Ozeanströmungen. Ein Teil geht in das Schmelzen von Eis. Ein Teil geht in eine beschleunigte bioenergetische Umsetzung der Pflanzen. Ein Teil geht in mehr Verdunstung. Und das sind halt die Dinge, die so in diesem komplizierten Klimasystem passieren, wenn ich mehr Energie hineingebe. Und da hat man sich schon angeschaut, eben 2012, wo müssen wir hin, wo wollen wir hin, wo gehen wir hin an solchen Emissionen. Weil aufgrund dieser Emissionen kann man dann ausrechnen, eben wie warm es wird und wie die Erde sich verändern wird. Das sind also sozioökonomische Szenarien, wo man sagt, wie verhält sich die Menschheit? Wie will sie sich verhalten, um weiterhin CO2 und auch andere Treibhausgase in die Atmosphäre zu pumpen? In den Ozeanen, rund die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte geht, dann wird gelöst. In den Ozeanen macht dort irgendwie unangenehme Sachen. Wie wollen wir das in der Zukunft gestalten, hat man sich überlegt. Und da hat es dann vier sogenannte Szenarien gegeben, aus denen man dann Klimaszenarien rechnen konnte mit den Klimamodellen. Das andere ist die rote Kurve, die sagt einfach, wir tun so weiter wie bisher und verlängern einfach die bisher sich abzeichnende, bereits angedeutete Abnahme der Zunahme der Weltbevölkerung. Die Weltbevölkerung wird so ab 2050 nicht mehr stark wachsen, deswegen krümmt sich diese Kurve, die rote, nach oben hin Richtung rechts ab. Aber wir werden am Ende, im Jahr 2, oder nicht am Ende, das ist noch lange eben nicht das Ende, so im Jahr 2100, zweieinhalbmal bis dreimal so viel CO2 in die Atmosphäre, Kohlenstoff und dann CO2 in die Atmosphäre bringen, als es zurzeit der Fall ist. Das wird also steil weitergehen mit der Erwärmung. Wir werden also hier ungefähr im Jahr 2100 irgendwo um die vier Grad Celsius liegen, wenn wir auf dieser Achse weiterfahren. Und das wird deutlich die Temperatur weiter steigen. Wenn wir die gelbe Linie nehmen, dann wäre das jene, wo man sagt, wir müssen nur vernünftig sein. Wir müssen jetzt nicht allzu viel im Leben umstellen, sondern nur die beste Technologie, die beste Wirtschaftsform, Regionalisierungen machen und so weiter. Dann würden wir aber immer noch weit über dem heutigen CO2-Ausstoß stehen und wir würden weit über 2100 hinaus weiter erwärmen, das Klimasystem. Also auch in Richtung zwei, drei Grad ungefähr gehen. Und dann hat man gesagt, wir gehen die blaue Linie, rechnen wir uns aus. Wir würden also alle Anstrengungen unternehmen, die wir uns heute vorstellen können. Heute war es so 2010, 11, 12 und fahren dann eine Linie, die relativ schnell ab 2015 stark mit der Emission zurückgeht. Und es bleibt eine Restemission von der Hälfte der heutigen Emission. Auch das würde weiter erwärmen, auch über zwei Grad Celsius hinaus. Und wir sind also jetzt, nähern uns diesen zwei Grad Celsius im Jahr 2100 an. Das würde also deutlich drüber hinausgehen. Und dann hat man gesagt, wir machen noch so ein Szenarium und schauen an, was müssten wir tun, um bei zwei Grad Celsius stecken zu bleiben im Jahr 2100. Und dann nicht weiter anzusteigen. Und das ist die dunkelblaue Kurve. Und die würde sehr ambitioniert, sehr schnell mit massiven Verminderungen von CO2-Ausstößen gehen. Also das Vermeiden von fossilen Brennstoffen im Wesentlichen und dann ganz schnell nach unten gehen. Das war also der Stand vor Paris, wo man nach Paris gegangen ist, zwei Jahre später dann. Und hat gesagt, ja, das wollen wir erreichen. In Paris hat man dann gesagt, das muss unbedingt erreicht werden und wir sollten eigentlich drunter bleiben. Wenn wir uns jetzt anschauen, bleiben wir noch bei diesem zwei Grad Celsius Ziel und diesen zwei Szenarien, das Rote, das Knallrote und das Dunkelblaue. Die anderen liegen dazwischen. Dann können wir schauen, wie die Erdoberflächentemperatur steigt. Und zwar in diesem Fall jetzt nicht gegenüber vorindustriell, sondern gegenüber einem Mittel von 1961 bis 1990. Deswegen ist das, wenn man es vorindustriell nehmen würde, ein bisschen weiter unten. Aber wir sehen, dass also die Temperatur weiter steigt, steigt, steigt und steil durch 2100 geht. Nur die Temperatur, wenn sie nicht über zwei Grad Celsius geht, wenn wir also die dunkelblaue Linie fahren, dann würde das konstant bleiben und nicht weiter erwärmen. Es wäre zwei Grad wärmer als vorindustriell, aber wir würden dort stehen bleiben. Was würde das zum Beispiel für die Ausdehnung des Meereises in der Nordhemisphäre, in der Arktis bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir einen Rest übrig behalten können, wenn wir die dunkelblaue Kurve fahren, dass wir alles verlieren werden im Herbst jedes Jahr, dass es ganz weggehen würde, wenn wir die dunkelrote Linie fahren. Das hat ganz, ganz große Konsequenzen. Erstens macht das Rückkopplungsprozesse, wenn große Flächen eisfrei sind im Sommer, wo die Sonne drauf scheint. Zum Zweiten beeinflusst es massiv Ökosysteme, die kaputt gehen würden. Und wenn zu den Küsten hin zunehmend länger keine Eisbedeckung ist, dann würde große Küstenerosion stattfinden, was nicht nur die Siedlungen und die Menschen dort irgendwo bedrohen würde, sondern vor allen Dingen auch große Mengen an Medangas freisetzen könnte. Und dann haben wir noch eine Größe, auch die zeigt, dass es Sinn machen würde, diese ambitionierte dunkelblaue Linie zu verfolgen. Das ist der pH-Wert in den Ozeanen oder anders gesagt die Versauerung der Ozeane. Wir sind bereits, wenn wir diese Kurve, die dunkle, verfolgen, wir sind bereits sehr sauer geworden. Der pH-Wert ist bereits gestiegen durch die Aufnahme von CO2 oder von Kohlenstoff, am Ende dann CO2 in gelöster Form in den Ozeanern. Das ist, wie ich gesagt habe, ungefähr die Hälfte dessen, was wir emittieren. Ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und wenn wir so weitermachen im roten Sinn, dann würden wir eine ziemlich saure Suppe produzieren in den nächsten Jahrzehnten. Und das würde nicht nur die Korallenriefe, die jetzt schon praktisch dem Untergang geweiht sind, die Warmwasserkorallen, sondern auch das gesamte Lebenssystem, die ganzen Ökosysteme in den Ozeanen ziemlich zerstören, beziehungsweise auf den Kopf stellen. Und das hätte dann Konsequenzen natürlich im globalen Ausmaß und auch für uns. Wir könnten das abfangen, wenn wir die dunkelblaue Linie fahren. Es würde noch ein bisschen aus den bereits emittierten in die Ozeane hineingehen, aber es würde sich dann langsam wieder fangen und es würde wieder besser werden, so ab 2050 und dann in das nächste Jahrhundert hinein. Es gibt also viele Gründe, diese dunkelblaue Linie zu fahren. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass wir auch bei dieser dunkelblauen Linie, auch bei dem, was wir bisher schon gemacht haben, eine Größe haben, die können wir nicht im Jahr 2100 oder um 2100 herum stoppen, auch wenn wir diese dunkelblaue Linie fahren. Und das ist der Meeresspiegelanstieg. Der Meeresspiegelanstieg, der hier dargestellt ist, bis ins Jahr 2300, von 1950 weg, nicht nur bis 2100 wie vorher. Und wir sehen, dass die rote Linie sowieso steigen würde im Meeresspiegel, bis zu vier Meter, fünf Meter, sechs Meter im globalen Mittel, sondern dass auch die dunkelblaue Linie über 2100 hinaus weiter steigen würde. Und da muss ich gleich dazu sagen, in dieser Berechnung sind keine abrupten mechanischen Dinge drinnen, wie wir sie jetzt sehr, sehr stark im Umfeld der Antarktis vermuten, wenn also mechanische Kollapse von Teilen der Antarktis wirklich stattfinden würden. Das ist hier nicht hineingerechnet, sondern nur das Kontinuierliche sich ändern. Und da gibt es jetzt im Prinzip vier verschiedene Komponenten, die alle dafür verantwortlich sind, dass das nicht im Jahr 2100 stehen bleibt, wie alles andere. Und das ist zum einen ganz oben, und wir sind jetzt wieder von 1950 bis 2100 unterwegs, das ist jetzt der Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der thermischen Expansion des Wassers. Und nachdem das Wasser so tief ist und die Schichtungen untereinander so zum Teil gesperrt sind, das ist kein unmittelbarer Austausch, sehr, sehr schnell ermöglicht, gibt es eine lange Verzögerung. Und auch die Aufnahme von Wärme von der Atmosphäre her dauert eine Zeit, sodass das verzögert ist. Und dann haben wir die großen Eismassen Grönland, Antarktis und die vielen kleinen Gletscher weltweit, die auch alle verzögert reagieren. Das stellt man sich so vor, wie wir einen Eisklotz aus dem Kühlschrank nehmen. Der ist auch nicht im selben Moment weg. Das dauert also. Das Eis schmilzt verzögert gegenüber einer Erwärmung. Alle drei stark beschleunigend. Am meisten Grönland in den letzten Jahren, auch die Antarktis beschleunigend, in Abgabe vom Wasser. Zum Teil durch Schmelze, zum Teil durch Destabilisierung an den Rändern und mechanischen, dynamischen, eisdynamischen Prozessen, die beschleunigt werden. Und auch die Gletscher nehmen zu. Das sind also an die 200.000 Gletscher weltweit, die etwas schneller reagieren als die großen Eismassen, die aber dann irgendwann verschwunden sein werden. Aber auch die tragen dazu bei, dass es verzögert passiert. Und das haben wir uns ausgerechnet in einem kleinen Team, unmittelbar aus Paris heraus, wo wir gesagt haben, was passiert mit diesen Gletschern, wenn wir sie von Paris her bei 0,8 Grad in eine 1 Grad Celsius Welt heben und haben die Gletscher hergenommen im Jahr 2015. Und dann haben wir geschaut, wie viel von diesen Gletschern geht dann, wenn wir nur lange genug warten, wie auf den Eiswürfel aus dem Eisschrank heraus, wie viel würde dieses Eis kleiner werden? Und dann haben wir gefunden, dass es um 40 Prozent abnehmen würde gegenüber 2015. Das sind wir heute. Wir sind heute bei 1,1, knapp drüber. Wir werden noch rund 40 Prozent des bestehenden Eises verlieren. Das sind auch alle Ost-Alpen-Gletscher. Das sind auch der Großteil der West-Alpen-Gletscher und viele, viele kleine Gletscher weltweit, die dazu beitragen. Die sind also bereits jetzt sozusagen dem Untergang geweiht. Wir können die nicht mehr retten. Das haben wir schon verursacht. Und das alles zusammen wird ungefähr 12 Zentimeter Meeresspiegelanstieg bedeuten. Wenn wir auf 1,5 Grad Celsius gehen, und da sind wir jetzt schon bei diesem 1,5 Grad Bericht und bei diesem Paris-Abkommen, dann würden wir ungefähr 50 Prozent verlieren, ungefähr 15 Zentimeter Meeresspiegelanstieg beitragen. Und wenn wir auf 2 Grad Celsius gehen, würden wir 60 Prozent des Eises verlieren und ungefähr 20 Zentimeter Meeresspiegelanstieg verursachen. Wir haben uns dann noch den Spaß gemacht und haben gesagt, was passiert, wenn wir einen Kilogramm CO2 in dieses Modell hineingeben, wie viel weniger Eis würde hinten am Ende übrig bleiben? Über die Temperatur dann gerechnet. Also ein Kilogramm CO2 verändert die Temperatur in diese Richtung und es wird etwas weniger Eis übrig bleiben. Und da ist herausgekommen, dass wenn wir ein Kilogramm CO2 verursachen, in die Atmosphäre emittieren, dann verschieben wir dieses Endgleichgewicht auf 15 Kilogramm Eis weniger. Und ein Kilogramm CO2 produzieren wir, wenn wir 50 Kilometer Auto fahren. Das können Sie in den technischen Tabellen der Autos, das war übrigens ein Toyota Corolla, den wir da hergenommen haben, dann kommt diese Zahl heraus. Etwas, was man also schnell in den Griff kriegen kann. Mit dieser etwas komplexen Abbildung möchte ich Ihnen nur Folgendes zeigen. Wir haben hier vier verschiedene Systeme, Subsysteme. Einmal die Megasities, die am Meer liegen, dann die urbanen Atolle, die Inselstaaten sozusagen im Pazifik, die großen Flussdelters in den Tropen, wo ein Gutteil der landwirtschaftlichen Produktion weltweit angebaut wird. Und wir haben diese arktischen Dörfer und Gemeinschaften, von denen ich bereits gesprochen habe. Und wir haben hier verschiedene Szenarien vom Meeresspiegelanstieg bis 2100. Die hatten wir bereits, die habe ich Ihnen schon gezeigt. Die ist hier in Metern angegeben. Das muss uns nicht interessieren. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, wie sehr mit steigendem Meeresspiegel das Risiko für diese Systeme steigen würde. Und wir sind hier von einem Risiko, das man nicht ganz detektieren kann, bis hin zu sehr hohem Risiko. Wir sehen schon, es gibt Bereiche, wo das Risiko sehr, sehr hoch wird, wenn wir also die rote Linie fahren. Aber was vielleicht für Sie als angehende Techniker spannend ist, ist, wie man mit technischen Hilfsmitteln eingreifen kann, um zum Beispiel die Megacities zu schützen. Da kann man sehr viel machen und es wird auch sehr viel gemacht. Da kann man also technisch wirklich sich anpassen an Veränderungen. Aber das hört sich bei den Inselstaaten relativ schnell auf. Da kann man die große Mauern rundherum bauen und sagen, das Merk soll rundherum steigen und die Inselstaaten bleiben in dem Brunnen da drinnen. Auch bei den Flussdelters ist nicht viel zu machen, wenn das Salzwasser eindringt, immer weiter und weiter. Bei sehr geringen Meeresspiegelanstiegungen stiegen bereits. Ein Zentimeter Meeresspiegelanstieg kann schon über Kilometer weit hinein das Salzwasser in die Wurzelhöhe bringen. Und damit ist das Salzagrarland kaputt. Und das geht auch bei den arktischen Communities nicht so einfach. Wir haben also wirklich ein Problem, wenn wir in diese Richtung fahren. Und das würde sich schon sehr, sehr auszahlen, wenn wir da bis bei diesem 2 Grad Celsius stehen bleiben würden, bei der Dunkelblauenkurve. Wobei auch die urbanen Atolle zum Großteil untergehen werden da bereits. Und auch eben die arktischen Communities in große Probleme kommen würden. Jetzt zu diesem 1,5-Grad-Bericht, den ich schon angedeutet habe. Da hat man für ähnliche solche Systeme, Subsysteme, wie die Warmwasserkorallen, Mangrofen, dann wieder die kleinen Inseln und die Fischerei dort, die arktischen Regionen und so weiter. Da hat man gesagt, was ist der Unterschied zwischen 1 Grad Celsius, 1,5, 2,0? Immer über diese Emissionsszenarien, über die Erwärmungsszenarien, in die sogenannten Auswirkungsszenarien gerechnet. Und da sehen wir, dass es einige Dinge, wie zum Beispiel die Korallen, ähnlich wie die kleinen Gletscher, ähnlich wie die Inselstaaten, dass die bereits bei 1,0 Grad Celsius sehr, sehr großen Risken unterworfen sind. Und viele von denen werden wahrscheinlich absiedeln müssen in absehbarer Zeit. Bei 1,5 Grad Celsius wird es in vielen Bereichen deutlich schlechter, als wenn ich bei 1,0 Grad stehen bleiben würde. Hier zum Beispiel die Küstenüberflutungen. Bei 2 Grad Celsius kommen wir schon in mehreren Bereichen in extrem hohe Risikobereiche hinein. In Summe zwischen 1,0 Grad und 1,5 Grad werden hunderte von Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und im nächsten halben Grad weiterer Wärmung noch einmal hunderte Millionen. Aber wir könnten bei 2 Grad Celsius wenigstens dann in eine neue Welt einigermaßen stabil eintreten. Wo sind wir heute? Wie riskant sind wir schon unterwegs? Wir haben hier diese sogenannten Tipping Points dargestellt. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Definitionen. Aber ich möchte sie so verwenden, dass das Punkte sind, die erstens Rückkoppelungsprozesse verursachen, beschleunigend wirken und die zum Teil auch nicht mehr reversibel sind. Die kann ich nicht mehr, auch wenn ich es abkühlen würde, wiederherstellen. Da ist zum Beispiel Grönland dabei. Das grönländische Inland-Eis, wenn das irgendwo etwas massiver zu schmelzen beginnt als jetzt und wahrscheinlich haben wir diesen Punkt bereits erreicht, dann kann das nicht mehr wachsen, weil es nicht auf einem Berg steht, sondern in einem flachen oder sogar schüsselartigen Becken, wo große Teile unter dem Meeresspiegel liegen vom Gletscherbett von Grönland. Und wenn da sehr viel schmilzt, wenn ich das einmal triggere, dass das niedriger wird von oben her, dann kommt es immer mehr in warme Gegenden, auch ohne die Erwärmung. Und dann bringe ich sehr viel Wasser in den Atlantik. Der beeinflusst dann stark den Golfstrom sozusagen. Und dieser Golfstrom kann dann zum Beispiel Auswirkungen haben und hat bereits Auswirkungen auf die großen Waldbrände beziehungsweise die Trockenheiten in Amazonas Urwald. Einer der ganz, ganz großen Lungen für CO2-Aufnahme in unserem System hat Auswirkungen über den ganzen Atlantik und der atlantischen Zirkulation auf die Dinge, die in der Westantarktis passieren, wo sie mit der Meeresspiegel drinnen stecken, wo wir in den letzten Jahren dramatische Veränderungen gesehen haben. Und wir warten jetzt auf den... Der Südsommer hat gerade begonnen, die Forscher sind wieder dort und wir erwarten uns wieder wirklich Dinge, die etwas besorgniserregend sind. Auch in der Ostantarktis kann sich das auswirken und so weiter. Wir haben diese Waldbrände, die wieder hier und hier stattfinden. Wir hatten heuer diese immense Wärmephase, wo es von Jänner bis Juni acht Grad zu warm war in Nordost-Sibirien auf einer Fläche so groß wie Australien. Und da ist natürlich auch der Permafrost sehr stark geschmolzen worden. Es ist Methangrass freigesetzt worden. Das hängt wiederum zusammen mit ganz, ganz stark mit der Meereisaustehnung, weil die Meereisaustehnung, wie ich zu Beginn gesagt habe, mehr oder weniger Sonnenstrahlung aufnehmen kann und die Arktis erwärmt, hat sich bereits viermal so stark erwärmt als das globale Mittel. Da passieren also Dinge, die dann Auswirkungen haben auf das Westwindband, damit auf das gründlich-brändische Eis, auf die Waldbrände, die Borealen, damit auf die arktischen Verhältnisse und so weiter. Wir haben hier die Waldbrände auch gehabt und wir haben hier auch die Korallenriffe, die wiederum Teile des Ökosystems in den Ozeanen sind und wiederum Auswirkungen haben können auf die ozeanische Zirkulation. Also wir haben überall schon bereits sogenannte Warnschüsse bekommen, massive Warnschüsse von all diesen Tipping Points. Das ist also allerhöchste Zeit, etwas zu tun. Das ganz große Problem dahinter ist, dass wir jetzt in einer Zeitskalen von Hunderttausend von Jahren und ich blicke jetzt zurück über wenigstens eine Million Jahre, da hatten wir einen Zyklus, wo die Temperatur gesunken ist, angestiegen ist, gesunken ist, angestiegen und gleichzeitig immer wieder oder leicht verzögerter Meeresspiegel mit steigender Temperatur angestiegen ist, mit sinkender, wieder abgesunken ist. Das sind also diese Glaziale und Interglazialzyklen, wo unsere Erde in den letzten Millionen Jahren relativ stabil sich bewegt hat. Was wir jetzt getan haben, ist die Erde aus diesem Zyklus herausholen. Wir haben sie jetzt hier stehen und wir wissen aus geologischer Evidenz, was hier passiert, hier passiert, hier passiert, wenn die Temperaturen dementsprechend steigen, was mit dem Meeresspiegel passiert. Und wir haben sehr, sehr viel Evidenz, dass irgendwo zwischen 1,5 Grad Celsius und 2 Grad Celsius das Erdsystem oder das Klimasystem hinausschießen würde in einen völlig neuen Zyklus, den wir mittlerweile das Hot House Earth nennen würden. Und das würde eine völlig andere Welt ergeben, in der wir uns gar nicht ausdenken können, als ob hier wären wir bereits bei sieben Metern höheren Meeresspiegel oder Meeresspiegel als bisher. Wir haben noch eine letzte Chance, das einzufangen. Wir müssen das tun und wir müssen das zurückführen. Potenziell ist die Chance, da wieder das zurückzuführen in einen normalen Zyklus über Jahrhunderte. Aber einfangen müssen wir es jetzt. Wenn wir jetzt noch 20, 30 Jahre warten, ist es zu spät. Das hat der 1,5 Grad Bericht sich genau angeschaut und hat gesagt, wir wollen das tun, was uns Paris, das Paris Agreement, aufgetragen hat. Wir wollen also eine Temperaturkurve fahren, wie wir sie bisher erlebt haben. Das geht bis hierher. Aber dann darf sie nicht so weitergehen. Wir sind hier von 1950 bis 2100 und hier in Grad Celsius gegenüber 1850, 1900. Das ist also gegenüber vorindustriell jetzt. Wir sind also bereits soweit gestiegen, 1,1 Grad ungefähr. Wir würden weiter steigen, würden in dieser Abbildung 2040 herum 1,5 Grad Celsius durchstoßen. Das wollen wir nicht. Wir wissen heute, dass wir wahrscheinlich vorher schon da drüber, wir steigen steiler im Augenblick an. Das wollen wir nicht. Wir wollen in diesen grünen Bereichen drinnen bleiben. Eindeutig unterhalb 2,0 und möglichst nicht weit um 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustriell. Und um das zu tun, müssen wir, das ist ausgerechnet worden, die CO2-Emissionen, gegenüber 2010 bis 2030 um 45 Prozent senken. Das ist in den nächsten neuneinhalb Jahren. Oder nicht einmal mehr. In den nächsten neun Jahren müssen wir den CO2-Ausstoß global um 45 Prozent senken und dann bis 2050 auf Netto-Null kommen. Die paar wenigen Tonnen, die wir dann noch emittieren wollen, können, müssen, die müssen wir dann hauptsächlich biotechnisch wieder herausholen. Deswegen Netto-Null, weil wir also etwas auch an negativen Emissionen, scheint es sich abzuzeichnen, dass das technisch möglich wird. Wir stehen heute hier, ich kehre zurück auf diese Kohlenstoffkurve, das vorher war eine CO2-Kurve, hat natürlich andere Zahlen hier gehabt. Ich gehe wieder auf diese Kohlenstoffkurve zurück, die wir von Anfang an kennen. Wir sind also nicht mehr hier im Jahr 2012, sondern im Jahr 2019, haben jetzt 2020 eine kleine Delle erfahren durch den Lockdown. Das ist aber nicht sehr viel. Wir sind also auf der obersten roten Kurve bereits weitergegangen, gar nicht auf der mittleren, sondern auf dieser rot-weiß-strichlierten, die sehr weit oben läuft. Und wir müssen, also das, was ich vorhin gezeigt habe, so nach unten stürzen mit unserem Konsum. Das ist nicht mehr gelb, das ist nicht mehr hellblau, das ist nicht mehr dunkelblau. Wir müssen viel, viel steiler nach unten fahren, um bis 2050 auf Netto-Null zu kommen. Nun, was tut das mit der globalen Gesellschaft? Das haben die sich dann ausgerechnet. Das war eine Gruppe von 90 Kollegen, die das gemacht haben. Was passiert mit der globalen Gesellschaft? Und da hat man, okay, ich habe das dann noch gegenüber 2019 eingezeichnet, die 45 Prozent Reduktion werden ja gegenüber 2010, gegenüber 2019 müssten das rund 55 Prozent bereits sein. Also wir müssen sehr, sehr stark, sehr schnell zurückfahren. Was tut das mit der globalen Gesellschaft? Und da gibt es die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Auch die Südtiroler Regierung richtet oder plant ihr Tun, ganz stark nach diesen Nachhaltigkeitszielen der UN auszurichten, diese 17. Das kann man nachschauen auf Webseiten der Landesregierung. Aber die haben das jetzt global gemacht in diesem 1,5-Grad-Bericht und haben das in drei Handlungsfeldern gemacht. Sie haben angeschaut, was muss ich tun, um die Energiebereitstellung umzustellen von fossil auf erneuerbar. Wenn ich das in dem Ausmaß tue, um diese 45 Prozent gegenüber 2010 abzubauen, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen der Erde. Und die größte negative Auswirkung hat das natürlich auf das saubere Wasser. Da braucht man nicht lang zählen können. Wenn ich sehr viel auf Wasserkraft umstelle, dann werden die Ökosysteme, die Gewässerbiologie wird sehr stark beansprucht werden. Und die Bereitstellung von sauberem Wasser wird schwierig werden. Dann können wir auch die Energie oder müssen wir die Energie stark reduzieren und wir müssen die Benutzung von Landoberflächen umstellen, sprich die globale Landwirtschaft stark umstellen. Wenn wir das alles tun, dann werden wir in der Gesamtheit viel, viel mehr Synergieeffekte haben, also das globale Gemeinwohl steigern können, außer in Einzelfällen, wo wir also sogenannte Trade-offs haben, also Konfliktsituationen haben werden. Die lassen sich aushandeln, die lassen sich, zu einem guten Teil ist es die Wassergeschichte, das lässt sich technisch lösen. Aber insgesamt, wenn wir diesen sehr, sehr dramatischen, revolutionären Schritt gehen wollen und diesen Pfad gehen wollen, dann wird am Ende eine Welt herauskommen, die mehr Gemeinwohl hat, auch was den Nord-Süd-Konflikt betrifft, aber auch die Konflikte der sozialen Inhalte unserer Gesellschaft, unserer reichen Gesellschaft sozusagen, die ließen sich abbauen. Warum hat man das nicht lange getan? Da gibt es jetzt eins, zwei, drei, sechs solche Felder, die stammen auch aus dem 1,5-Grad-Bericht, wo man sich verschiedene Themenfelder der Machbarkeit angeschaut hat. Man hat sich angeschaut, ist das alles überhaupt geophysikalisch machbar? Das steckt ja überall Geophysik dahinter. Was macht die Atmosphäre? Was machen die Ozeane? Was macht das Eis? Ist das überhaupt möglich, diese 45-Grad-Prozent-Reduktionen zu machen und dann die Auswirkungen in die richtige Richtung zu treiben, dass wir in einem Rahmen bleiben, der nicht über das Ziel hinausschießt? Das ist also möglich, das ist wissenschaftlich aufbereitet, das ist kein Problem. Wie schaut es mit der Umwelt aus, also den biophysikalischen, den biologischen Bereichen? Wie schaut es da auch aus? Auch das würde, die Ökosysteme würden da mitspielen. Das ist also, die gehen ja dann wieder herein, die Ökosysteme in die, man denke nur an die Urwälder, das wirkt alles wieder herein in die geophysikalischen Prozesse des Klimasystems und ist das technologisch machbar? Es wäre auch technologisch machbar und es wäre auch ökonomisch machbar, wenn man nur irgendwie die Weltwirtschaft und den Welthandel wieder regeln würde und nicht völlig entfesselt laufen lassen würde. Das Einzige, was man wissenschaftlich nicht aufbereiten kann, das ist einmal die institutionelle Machbarkeit, das ist im Prinzip die Politik, das ist ein Symbol für ein Parlament hier und ein Regierungsgebäude. Das kann die Wissenschaft nicht tun, das müssen die Menschen tun und auch das soziokulturelle Bereich, also diese partizipativen Geschichten, wo Gemeinschaften sagen, wir wollen diese Schritte gehen, es wird unser Lebenssystem verändern, unser Verhalten ändern, wir wollen das tun. Alles andere ist bereits aufbereitet und wäre machbar. Man muss es nur noch wollen. Und da ist natürlich dieser ganz große Satz, den Greta Thunberg vor zwei Jahren, oder sind es schon drei bald her, vor zwei Jahren gesagt hat, ihr Politiker, ihr Entscheidungsträger, und das sind nicht nur die Politiker, auch die Konzernchefe, auch die Religionsführer und so weiter, start focusing on what needs to be done. Beginnt endlich das zu tun, was notwendig ist und nicht das, was politisch für euch machbar erscheint. Und da sind die Fridays for Future hineingegangen und da möchte ich einfach jetzt zum Schluss in dieser letzten Folie den jungen Menschen und ich vermute jetzt, da auf der anderen Seite vom Bildschirm sitzen einige und viele junge Menschen, möchte ich mitgeben, ihr müsst Druck aufbauen, ihr müsst Druck aufbauen auf die politischen Entscheidungsträger. Ihr habt es schon getan. So viel über Klimawandel ist noch gar nicht geredet worden in den letzten beiden Jahren, weil wir die Folgen bereits spüren, aber weil auch Fridays for Future laut geworden sind und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die die Lehrer mit euch diskutieren werden, in welchen Bereichen ihr selber tätig sein könnt. Ich selber bin jetzt kürzlich in Südtirol einer Organisation beigetreten, die sich ganz lose aus 12, 13, 14 Leuten zusammengestellt hat, die den sogenannten Zukunftspakt Südtirol bearbeitet, wo man will, den politischen und dem Verantwortlichen, in dem, was in Südtirol an Entscheidungen getroffen wird, sozusagen unter die Arme greifen und sagen, wir machen partizipative Bürgerräte. Wir wollen, dass ihr das aufnehmt. Wir wollen, dass ihr die Bürgerräte gesetzlich verankert. Und da kann man auf dieser Seite, wenn man hier noch ein U hineinfügt, das ich vergessen habe, zwischen Z und K, kann man auf dieser Seite sozusagen als Unterstützer unterschreiben. Wir haben mittlerweile 1.500 Südtirolerinnen und Südtiroler, die das unterstützen. Und wir werden sehr aktiv versuchen, diese Teilhabe der Gesellschaft an politischen Entscheidungen in die Richtung zu einem nachhaltigen Südtirol in die Wege zu leiten. Damit Stopp von meiner Seite. Wenn dann Fragen sind, dann tue ich die sehr gerne beantworten. Vielen Dank, Herr Kasser, Universitätsprofessor und Doktor, Südtiroler Glatiologe, also auch weltbekannt. Also sehr interessant, dass er noch bei uns ist. Dann noch kurz ein Aufruf. Also in der Videobeschreibung findet sich ein Link für einen Live-Chat, falls jemand Fragen stellen will, also diskutieren. Diejenigen, die digital dabei sind, einfach einsteigen und fragen alles, was auch unter den Niegeln getrennt, einfach hineinschreiben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann geht es gleich weiter. Also Sie, Herr, sehr gut. und sonst auch im Hintergrund Geräusche. Ja, ich habe wieder das freigeschalten. Ich kann jetzt auch im Chat sozusagen fragen, wenn die von irgendwo anders herkommen, also direkt vom Mikrofon versuchen zu lesen. und sonst können wir einfach jetzt so diskutieren. Wenn es geht, für mich ein Bild einzuschalten bei TFO Bozen, ist ein bisschen mehr das Gefühl, dass da jemand auf der anderen Seite ist, wenn es nicht geht. Ja, 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 ja. Kein Problem. Kein Problem. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, und im Frühling habe ich relativ viele in Schulklassen gemacht, auch jetzt im Herbst. Manche haben es schon ganz gut vorbereitet gehabt, haben das öfters schon gemacht, andere müssen es das erste Mal ausprobieren, aber es geht eigentlich jedes Mal. Ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ja. Ich warte jetzt einfach aufs Traum, oder? Ich habe da aussehen, wenn ich das auch bevor... Ich habe da aussehen, wenn ich das auch bevor... Ja, ja, okay. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Okay. Ja, dann warten wir noch ganz kurz. Und dann starten wir auch gleich. Wenn, wenn im Laufe noch ein paar Spieler dazukommen, dann werden die auch eingeblendet. Okay. 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 Da gibt es ja die Sperrschicht. Herr K. Okay. 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 Ja. 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 20.000 Jahre immer noch im Heben ist. Also ich muss, das sind schon ein bisschen fadenscheinige Fragen mit der Satellitengeschichte, wen ihn auf der Welt interessiert ist, wenn ich Probleme habe, dass der Meeresspiegel Millionen von Menschen in Schwierigkeiten bringt, ob jetzt ein Satellitschneller oder langsamer wird. Also bitte ein bisschen ein Hausverstand einstalten. Und zudem möchte ich auch wissen, wie das passiert, weil die Treibhausgase allein sind es nicht. Weil die in einer Ebene sein oder in Höhen über dem Erdboden sein, wo kein Satellit fliegt. Der fliegt ja viel, viel höher. Und damit kann ich das nicht herbremsen oder beschleunigen. Wenn, dann ist es dadurch, dass die Strahlungsverhältnisse an der Erdoberfläche sich ändern. Boah, jetzt Entschuldigung, dass ich da ein bisschen nervös reagiere. Das sind also relativ unbedeutende Fragen. Es gibt wichtige und ich hoffe, dass ein paar gescheitere können. Das waren jetzt ein bisschen Fragen, um das Gespräch aufzulockern. Und jetzt haben wir auch gleich Publikumsfragen. und wir haben eine Frage direkt gekriegt. Also was konkret würde passieren, wenn wir jetzt einfach so weitermachen? Wie würde dann die Erde in 50 Jahren konkret ausschauen? Ja, konkret kann man das nicht sagen, aber wir würden in 50 Jahren drei, dreieinhalb Grad wärmer sein als jetzt im globalen Mittel. Wir wissen, dass das globale Mittel bisher 1 Grad Celsius, ein bisschen über 1 Grad Celsius war. Wir wissen, dass die Arktis bereits über 4 Grad Celsius wärmer geworden ist. Wenn ich in der Arktis daran denke, dass wir permanent zwischen Gefrierpunkt, unter und über den Gefrierpunkt auf- und abwechseln, werden also ein vermehrtes, vermehrte Zustände, häufigere Zustände, stärkere Zustände über dem Schmelzpunkt, werden natürlich dort massive Veränderungen bringen. Also es ist eigentlich nicht vorstellbar. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Menschheit, wie wir sie jetzt kennen, so nicht mehr existieren kann. Wir werden die Meeresspiegel, das Lokale völlig auf dem Kopf stehen. Und, und, und. Also nicht vorstellbar. Und es wird nicht, wird auch nicht mehr linear weitergehen. Das wird also völlig kollabieren, das Ganze. Inklusive der Ökosysteme, inklusive der Erdenartenvielfalt. Ich sehe, wir haben hier noch eine Benutzeranfrage hereinbekommen, die sich jetzt speziell auf die Vorhersagen bezieht. Und hier fragt sich jemand, wenn schon die Vorhersagen, die Wettervorhersagen für zwei Wochen nicht sehr genau sind, wie schafft man es dann, 50 Jahre im Voraus zu planen? Weil Sie haben da ja vorhin sehr detaillierte Kurven. Ja, die Wettervorhersagen, das sind also das, was man wirklich auch auf Deutsch Vorhersagen nennt. Das heißt, ich versuche vorherzusagen, wann was passieren wird. Die Klimaforschung kann keine Vorhersagen machen, die kann nur Szenarien entwickeln und diese Szenarien darbieten und sagen, wenn ich das und das tue, dann wird irgendwann das und das passieren. Die Klimaforschung kann nicht sagen, wie Weihnachten 2055 ausschaut. Das wäre eine Vorhersage. Das geht nicht, das versucht auch niemand. Aber wir können sehr gut berechnen, wie der mittelenergetische Zustand ausschaut, wenn wir weiter erwärmen. Und wir haben in diesen Szenarien auch sehr gute Vorstellungen, wie die einzelnen Subsysteme dann in welchen Zuständen sie sein werden. Aber wir kennen den Zeitpunkt nicht ganz genau. Ist das jetzt eine Antwort, mit der man was machen kann? Ja, ich denke, sicher sind das jetzt sehr interessante Informationen. Ich habe schon eine weitere Frage und die beziehe sich jetzt auf erneuerbare Energiequellen. Und zwar, wenn jetzt wirklich alles sozusagen nur noch erneuerbar laufen würde, also fossile Brennstoffe wären eigentlich kein Thema mehr, sondern nur noch erneuerbar, wie genau würde dann die Kurve zum Beispiel ausschauen, also die Sie gezeigt haben, bis 2050? Wenn gar gar alles aus erneuerbarer Energie wäre, Ja, dann wäre es ja was ein Teil. Nehmen wir mal alles, dann lasst uns das leichter vorstellen. Dann würde diese Kurve sofort auf Null gehen. Dann würden die bereits angeleierten Dinge, wir können die Erwärmung dann nicht zurücknehmen, dass wir das schon erwärmt haben, mit zum Beispiel dann verzögerten Reaktionen von Eisschmelze. und auch manche Ökosysteme reagieren verzögert. Dann würde das sofort aufhören und wir würden bei 1,1 Grad Celsius stehen bleiben an der Wärmung. Wir müssten aber in diesen 1,1 Grad erst schauen, wer wann wie spät reagiert und wie das am Ende anders ausschaut. Allerdings würden dann diese SDGs, diese Nachhaltigkeitsziele aufs Gröbste zu Konflikten führen. Wenn das so plötzlich gemacht würde und so massiv, wie wir heute Energie verbrauchen, also wenn wir anders gesagt nicht sehr, sehr stark auch mit dem Energiekonsum zurückfahren, dann ist das über andere Dinge nicht mehr machbar, weil wir einfach auch wieder Ökosysteme zerstören. Denkt man an die Wasserkraft, die bereits die jetzig eingesetzte Wasserkraft, also die Gewässerökologen schlagen jetzt schon Alarmen, wie die Gewässerbiologie kaputt gemacht wird, wo heute Kraftwerke sind oder eben sich nicht mehr erholt und nicht existiert und da man mit sauberen Wasserschwierigkeiten und, und, und. Also ohne starke Reduktion des Energiekonsums geht es nicht. Okay, sehr interessant. Wir haben hier jetzt noch eine ganz spezifische Frage. Da muss jemand in Biologie sehr gut aufgepackt haben, nämlich ist die globale Erwärmung nicht durch Messungen in den Städten und den dortigen Wärmeinsel-Effekt nur vorgetäuscht? Ja, aber das kennt man und das wird korrigiert. Also ja, Städte sind Wärmeinseln und eine wachsende Stadt wird zum Beispiel, ich habe jetzt eine Wetterstation, die, was weiß ich was, irgendwann in Bozen da gestanden ist, wo jetzt eure Schule ist, vor 50 oder vor 100 Jahren mitten im Sumpf damals noch, später in den Obstwiesen und in den Weingärten draußen und die wird jetzt immer mehr und mehr zu betoniert, um es so ein bisschen direkt zu sagen, dann wird dort die Temperatur stärker steigen aufgrund dieser Verbauungen, als wenn ich irgendwo wenn ich die Umgebung nicht verändere mit Verbauungen. Aber das kennt man, das hat man durchgerechnet und all diese städtischen Stationen werden korrigiert dahingehend. Wir haben jetzt direkt eine Publikumsfrage und ich wechsle jetzt kurz meinen Platz. Herr Professor, was würden Sie dazu sagen, wie groß wäre der Nutzen, wenn wir zum Beispiel, ich denke, wir brauchen drastische Maßnahmen, wenn wir zum Beispiel sagen, Raumheizung auf 18 Grad und wir tragen dicke Pullover zu Hause, würde das zum Beispiel, das kostet uns jetzt etwas vom Komfort, wir sind das auch nicht gewohnt, aber es wäre machbar, würde das hier zum Beispiel Ihrer Meinung nach viel nützen, wenn man das so machen würde? Dankeschön. Ja, danke. Scheinbar sagen die Techniker und das müssen wirklich Techniker ausrechnen, da können Klimaforscher wenig dazu tun, außer Raumklimaforscher, die sagen, dass das deutlich etwas ausmachen würde, wenn das alle tun würden. Ja, ich glaube, dass das eine Gewerbeoberschule besser ausrechnen kann, als ich das als Klimaforscher oder Gletscherforscher machen kann, aber natürlich, jede Reduktion von Energiekonsum sozusagen, die ich ja bereitstellen muss, die ich irgendwo herholen muss, wenn ich das reduziere, dann ist das ein Beitrag und wenn wir sagen, wir müssen in Richtung Null kommen, mit den fossilen Beiträgen, dann ist jeder auch noch so kleinen Beitrag wichtig. Aber quantifizieren kann ich das persönlich nicht, aber das können die entsprechenden Fachleute schon. Dankeschön. Es gäbe noch eine weitere Frage und zwar die berühmte Klimakonferenz in Paris 2015, die ist mittlerweile dann fünf Jahre her. Jetzt stellt sich die Frage, was ist in diesen fünf Jahren eigentlich wirklich konkret umgesetzt worden von dem, was damals versprochen wurde? Naja, nicht sehr viel, aber man muss auch schauen, was versprochen worden ist. Versprochen worden ist, dass man sich dieses Ziel setzt. Und dann ist die nächste Stufe von Versprechungen gewesen, da haben alle Länder, ich habe das verfolgt damals, ich war dort, die Stunden, im Stundentakt die Länder versprochen haben, wie sehr sie jetzt CO2-Reduktionen machen. Und das sind die, diese Versprechen, diese CO2-Budget-Versprechen aufsummiert worden in irgendwelchen, ja, Tabellen und die würden zum Beispiel nicht reichen. Alles, was da also technisch oder wirtschaftlich versprochen worden ist, würde nicht reichen, um die abgemachten Ziele zu erreichen. Da muss man schon mehr hereingeben und da wird eben weiter verhandelt. Es sind sehr wenige Länder, die diese Versprechen bisher auch eingehalten haben. Es sind noch viel weniger, die über diese Versprechen hinaus in Richtung auf ein 1,5 oder 2 Grad Celsius Ziel gehen. Da gibt es Webseiten, wo man das nachschauen kann. Eine dieser Webseiten ist Climate Action Tracker, in einem zusammengeschrieben. Climate Action Tracker, da sind sehr schöne, immer wieder abgedatete Berichte drinnen, wer wie, was tut, um dorthin zu kommen. Aber man muss sich diese Klimakonferenz auch noch darüber hinaus vorstellen, da werden schon auch wirtschaftliche Maßnahmen besprochen. Da werden Ausgleichsmaßnahmen besprochen. Da wird diskutiert, wie man der dritten Welt helfen könnte, sich zu schützen, aber gleichzeitig auch zu reduzieren. Und, und, und. Und da prallen natürlich unterschiedliche Weltmeinungen aufeinander. Seit 40 Jahren wird zum Beispiel darüber diskutiert, die dritte Welt verlangt von der ersten Welt, dass sie zugibt, dass sie schuld ist an dem Ganzen. Die erste Welt sagt, wir bezahlen alles, aber wir unterschreiben nicht, dass wir schuld sind. Und da wird diskutiert, Wochen und Wochen und Tage und Nächte und da sind die Fronten so verhärtet, dass sie sagen zwar, wir sind schuld, aber wir unterschreiben das nicht. Weil das hätte Konsequenzen für uns, die unvorhersehbar sind. Und solchen Dingen bleiben uns wecken. Und ich glaube, dass diese, dass diese globalen Klimadiskussionen in diesen relativ schwerfälligen Sitzungen alljährlichen, dass die uns nicht mehr viel weiterhelfen werden. Die Zeit haben wir nicht mehr zu warten, bis solche Dinge ausdiskutiert werden. Es dauert noch 20, 30, 40 Jahre. Aber sie waren sehr, sehr wichtig uns im Bewusstsein und auch in wissenschaftlichen Arbeiten so weit zu bringen, dass wir heute verstehen, wie es zu tun wäre und wie es zu tun wäre. Ohne diese Klimakonferenzen wären wir wahrscheinlich noch viel, in einer viel, viel dramatischer und schlimmer problematischer Situation. Okay, super. Wenn ich jetzt hier kurz ein bisschen durch die Kommentare schreibe, dann sehe ich eine Frage, die immer auftritt. Beispiel auch der Corona-bedingte Flugverkehr, der unterbrochen wurde. Hat man da Auswirkungen beim Klima schon gespürt oder hat diese kleine Unterbrechung eigentlich noch keinen Unterschied gemacht? Nun, der Flugverkehr ist jetzt nicht die ganz große Komponente der CO2-Emissionen. Die macht schon ein bisschen etwas aus, ein paar Prozent. Aber es ist insgesamt der sogenannte Lockdown. Da hat man eine Studie gemacht im April über wenige Tage und hat das verglichen mit vergleichbaren Tagen im Jahr vorher. Und da war eine weltweite Reduktion um 17 Prozent drinnen. Aber nur im Moment. Das hat man dann hochgerechnet mit zwei Szenarien. Ein Lockdown, der Anfang Juni zu Ende geht, so wie es ja dann war. In verschiedenen Orten der Erde. Es war ja nicht überall, der globale Lockdown war ja nicht, sondern wir haben es halt in Europa sehr stark verspürt und wenn der dann zu Ende gewesen wäre und das war er ja auch, dann wird das für das Jahr 2000 eine um vier Prozent geringere Emission aufzeigen, als es im Jahr 2019 war, im Jahr 2020, als es im Jahr 2019 war. Wenn der Lockdown bis zum 30. 31. Dezember gegangen wäre, dann wären das 7% Reduktion gewesen. Also es macht jetzt nicht so viel aus und da ist der Flugverkehr ein kleinerer Teil von dem Ganzen. Sie haben bei Ihrer Präsentation ja ganz am Ende also Fridays for Future erwähnt, also das angesprochen, die Jugendlichen auf die Straße gegangen sind. Jetzt stellt sich da ein bisschen die Frage, also diese Jugendlichen sind seit 2018 auf die Straße gegangen, also fast ein ganzes Jahr und man hat es auch geschafft, das Thema Klimawandel wirklich in den Fokus der Gesellschaft zu rücken und dann ist jetzt eben diese Corona Pandemie ausgebrochen und mittlerweile ist das wieder weitestgehend vom Tisch. Wie wird denn da die Weiterentwicklung aussehen? Kommt das wieder zurück oder präsentiert man sich jetzt auf andere Dinge? Na ja, erstens ganz still sind die Fridays for Future gewesen, auch in der noch so dramatischen Phase im Frühling des Covid-19. Sie haben sich dann auch wieder unterschiedlich versucht zu formieren, haben das auch gemacht, sie werden im Augenblick kaum diese öffentlich wirksamen Demonstrationen machen können, das geht nicht, aber sie haben in verschiedenen Ländern unterschiedliche Formen gefunden, wie sie auf die Regierungen einwirken können und auch in den Regierungen weiß man schon, dass es über das Covid hinaus noch ein anderes Problem gibt. Im Prinzip wissen die auch, dass ein fossiler Lock-in eine Katastrophe wäre, aber das sind halt die Wirtschaftstreibenden nur zum Teil so und Politiker sind nur bedingt frei in ihren Entscheidungen. Das sind ja auch irgendwo von Interessensvertretern unter Druck gesetzte Leute, die das machen müssen, aber sagen wir mal die Aufgeschlossenen und Intelligenten unter Ihnen, die wissen, dass da ein noch viel größeres Problem kommt. Und im Hintergrund, glaube ich, wird da schon einiges gemacht. Ob es reichen wird, das weiß ich nicht, weil es braucht wirklich eine radikale Änderung unseres ganzen Wirtschaftssystems und auch unseres Lebensstils. Radikal meine ich, indem man wirklich an der Wurzel Dinge angeht und ändert und nicht nur irgendwo so oberflächlich ein paar nette Dinge macht oder ankündigt und dann gar nicht macht. Gut, ich habe hier noch eine Frage aus dem Publikum. Herr Professor, Sie haben gesagt, der Flugverkehr macht beim CO2-Ausstoß nur ca. ein Prozent aus. Da bin ich jetzt ganz bach. Ich habe immer gedacht, Fliegen ist eine der schädlichsten Sachen. Stimmt das nicht vielleicht trotzdem, nicht wegen dem CO2-Ausstoß, aber weil ja die Behaust ist, weil die Decke, die Wolkendecke, der Ozong wird ja geschwächt. Das hat doch wohl auch schwerwiegende Auswirkungen auf das Klima, oder nicht? Ja, jetzt nicht unbedingt. Man muss die Dinge ein bisschen auseinanderhalten. Ich habe hier jetzt eine, ich weiß nicht, wer das sehen kann, ich habe eine Abbildung von Our World in Data, das ist eine Webseite, die solche Daten zusammenträgt, wer jetzt für die Treibhausgasemissionen in welchem Ausmaß verantwortlich ist. Und das ist, wenn wir jetzt den Flugverkehr suchen, ist das ein Prozent, das ist hier Aviation, Shipping hat 1,7 Prozent, das Ganze ist im Transportwesen drinnen, das insgesamt 16 Prozent ausmacht, und das ist im Wesentlichen schon die CO2-Emission. Bei der Landwirtschaft sind das dann auch Methangas und Lachgas Geschichten. Aber der Großteil kommt von der Energiebereitstellung und da ist im ganz großen Bereich die Industrie, die Energie braucht, schwere Industrie, aber auch die andere 24 Prozent, dann gibt es den Handel, der 6,6 Prozent verursacht, nicht braucht, sondern das sind jetzt die Verursachungen der Emissionen, die da resultieren, das sind also die Wohngebäude weltweit, sind 10 Prozent, fast 11 Prozent und so weiter und so weiter. Es ist also Flugverkehr jetzt in der unmittelbaren Produktion von Treibhausgasen nicht so wichtig, wie wir das glauben. Hat aber andere Probleme, die zum Beispiel eben, nachdem sie höher und höher fliegen, diese Flugzeuge, greifen die auch in die Ozonschicht ein und in andere chemische Zusammensetzungen an der Tropopause, ungefähr an der Tropopause und schon knapp drüber in die Stratosphäre hinein. Und das hat Auswirkungen, wobei jetzt das hohe Ozon, nicht das bodennahe Ozon, wir müssen auch da wieder unterscheiden, das hohe, das stratosphärische oder tropopausen nahe Ozon, die führen dazu, nicht so sehr, dass mehr Energie hereinkommt, sondern dass die Energie in anderen Wellenlängen hereinkommt und damit viel mehr schädliche Wellenlängen zulässt. Das ist jetzt nicht so sehr im energetischen Mengen Skaldenbereich eine große Problematik, sondern die Problematik ist eher in der Verschiebung der Wellenlängen, in denen die Energie hereinkommt von außen. Das wissen wir also Hautkrebs und so weiter und so weiter. Okay, sehr interessant. Wenn man so durch den Chat ein bisschen geht, sieht man viele Fragen, was kann man effektiv gegen den Klimawandel tun, was kann man proaktiv machen und wir haben da auch auf Mentimeter eine Frage, jeder kann da hineingehen und auch ein bisschen einfach Informationen geben, ein paar Ideen schreiben, aber ich würde auch die Frage gerne an Sie weitergeben, Herr Kraser, was kann man gegen den Klimawandel unternehmen als regelmäßig gestellt bei jedem Vortrag und ich weiche eigentlich aus, weil ich mag niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Meine Antwort ist in der Regel, es gibt jede Möglichkeit, mich zu informieren und man muss einfach den Hausverstand wieder reaktivieren. Das betrifft den Konsum von verschiedensten Dingen, man muss sich halt überlegen, brauche ich das? Oder wenn ich durch eine Einkaufsstraße gehe, schau ich mir an, wie viel wird nach einem wenig, was ich in den Auslagen sehe und da denke ich mir, muss ich das machen? Da muss ich jetzt gar nicht wissen, wie viel CO2 dran klebt an dem Ganzen, an der Produktion und, 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 das sind einfach die Lebensformen, wenn die 1,5 oder die 15 Kilogramm Eis bei 5 Kilometer Autofahrt geben, kann man sich selber ausrechnen oder überlegen, muss ich mit dem Autofahr die nächsten 5 Kilometer und so weiter und so weiter und so Ja, was ich schon hervorheben möchte und das ist etwas, was die Fridays for Future ja eh machen, die politische Stimme erheben. Das ist bei Wahlen so, wobei es kaum Parteien gibt, die wirklich das auf dem Radar haben, was zu tun ist, aber auch da kann ein Druck erzeugen und auch die, die noch nicht wählen dürfen durch diese ganze Fridays for Future Bewegung, die haben mehr Druck auf die Weltpolitik gemacht und auch auf die regionale bis hin zur lokale Politik, als sie es vielleicht selber wahrnehmen wollen. Also politisch sein. Okay, dann stehe ich jetzt auch noch hier. Herr Merano, möchten Sie uns dann auch noch ein paar Ideen geben, wie man sich dem Klimawandel entgegenstellen kann? Ja, es wäre eigentlich, ist ein bisschen jetzt technisch, gibt ein bisschen technische Schwierigkeiten, sonst hätten wir hier gerne noch einiges gezeigt. Das geht schon, man muss nur mehr, die Ach so, okay, das funktioniert. Also hier haben wir eine Liste zusammengestellt, was kann ich beitragen gegen Klimawandel, natürlich in keiner Weise vollständig, mein Verhalten im Alltag ändern, finanzieht, vielleicht für das Klima, weil die Teilnehmer dieser Online-Konferenz oder hier, die live sind, haben diese Unterlage erhalten, da kann man sich was heraussuchen, ich zeige es mal kurz, das wurde zusammengestellt, und hier kann man einfach Sachen heraussuchen und das wollten wir vorschlagen, sich heute vorzunehmen, deswegen wurde auch vorgeschlagen, Schreibzeug mitzunehmen, hier sind jetzt lauter Informatiker, die haben kein Schreibzeug mit, weil die machen das digital, aber vielleicht Klassen, die dabei sind noch online, haben ihre Zettel und da wäre der Vorschlag jetzt konkret für mich etwas aufzuschreiben, was ich machen möchte, entweder aus dieser Liste, das sind keine neuen Erfindungen, das wissen wir alle schon, aber wir müssen etwas umsetzen davon. Andere Möglichkeiten sind, also es wird jetzt zeitlich ein bisschen knapp, ich zeige da was ganz Besonderes, was kann man machen, um für globale Auswirkungen zum Beispiel bei wichtigen Petitionen mitmachen, die Seite Avats, da passiert sehr viel, ja, da werden auch konkret Sachen verbessert, da braucht man eigentlich nur unterschreiben, natürlich darf man nicht denken, wenn ich nur unterschreibe, habe ich schon was bewirkt, aber es werden wichtige Sachen gemacht und es passieren ganz schlimme Sachen, was ist, was kann man noch machen, wir sind schon bald am Ende, man kann unterstützen den Zukunftspakt für Südtirol, ich sende allen nachher einen Buch dazu, da hat Professor Kaser darüber gesprochen, hat das geschrieben, auch eine ganz neue und tolle Sache, Südtirols Netzwerk für Nachhaltigkeit, die Schüler können hier in der Schule mitmachen, bei der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit oder wir hoffen es kommt noch was von Fridays for Future oder anders wirtschaften, Gemeinwohlökonomie, ich hätte hier das jetzt vorbereitet, aber da steht uns die Zeit aus, also ich zeige noch Gemeinwohlökonomie ganz kurz, Webseite eingeben und sich konkret etwas vornehmen, das klagen wir vor, von dieser Liste irgendwas, dass jeder sich was konkret vorne ist, das wäre es, Dankeschön. Dankeschön, eventuell sie senden die Unterlagen an die Schüler weiter, dann kann sie jeder auch noch einmal in Ruhe durchschauen. Vielen Dank für diese interessanten Inputs. Vom Mentimeter haben wir ein klares Ergebnis und zwar wird der Vorschlag mehr Fahrradfahren sehr oft genannt, also das ist natürlich eine sehr einfache Lösung, die natürlich der Umwelt hilft und auch selber bequem sein kann, vor allem in den mit dem Fahrrad meistens schneller als mit dem Auto und auch meistens schneller als mit dem Bus und wir haben gerade die Glocke gehört, das wäre eigentlich schon unser Schlusswort oder unser Schlusssignal, dann bedanken wir uns vielmals für die Aufmerksamkeit, auch allen Zuschauern, die uns online gefolgt sind, auch den Leuten, die hier anwesend waren und wir hoffen, dass wir den nächsten Vortrag dann in Präsenz machen können oder sonst den Schultag, bis zum nächsten Mal. Danke von meiner Seite fürs Zuhören, ich war ein bisschen zu schnell mit meinen Antworten auf die ersten beiden Fragen, haben mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber ich hoffe, dass wir trotzdem einigermaßen einiges diskutieren haben können und verabschiede mich, danke noch einmal für die Einladung. Danke Ihnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.